Wisst ihr, was das Gute an YouTube ist? Nicht nur, dass man seine Videos mit der ganzen Welt teilen kann, sondern man bekommt auch in den Kommentaren nur das beste Feedback von den intelligentesten Menschen, die unsere Gesellschaft so hervorbringt. Natürlich dürfte jedem klar sein, dass mein Kanal schon fast das Ultimum an Qualität und Professionalität erreicht hat, und trotzdem erscheinen meine Videos in so hoher Frequenz, also das ist schon eine Meisterleistung. Trotzdem gibt es glücklicherweise noch intelligente Menschen, die es bei meinem overpowerten Inhalt schaffen, mir konstruktive und durchdachte Kritik zu hinterlassen, und damit ihr auch noch was lernt, gehen wir die besten Tipps und Verbesserungsvorschläge mal gemeinsam durch. 12 Abos, pff, Wichser. Und kurz darauf nochmal, Opfer. Wenn man also 12 Abos hat, ist man der größte Spast auf Erden, oder wie soll ich das verstehen? Gut, mit seinen 15 Abonnenten kann er es sich ja leisten, so etwas zu schreiben. Der Kommentar ist übrigens 2 Wochen alt, also im schlechtesten Fall hatte er damals 13 Abonnenten. Und in den 2 Wochen sind meine von 12 auf 35 gestiegen. Selbst wenn er damals keine Abos gehabt hätte, habe ich trotzdem einen größeren Abo-Zuwachs erfahren. Schon lustig, wie ausgerechnet solche Dullis immer versuchen mit dem Abo-Counter zu fronten. Schauen wir uns mal an, was er so für Videos hochlädt. Gar keine. Wow. Ich denke, Opfer trifft es in deinem Fall wirklich ziemlich gut. Immerhin hat er mehr Abonnenten als du, also komm erstmal auf sein Niveau. Wieder jemand, der mit Abonnenten zahlt, frontet. Mal schauen, wie viel er selbst hat. 5. Alles klar. Aber gebt euch einfach mal die Diskussion, wenn man das überhaupt so nennen kann. RTL hat also auch Niveau, weil sie der meistgesehene Sender in Deutschland sind. Hat er mit dem Maul. Sagt schon alles. Ja, sagt ja auch alles. Hat er mit dem Maul. By the way, habe ich mehr Abonnenten als du, also müsstest du nach deiner Logik erstmal auf mein Niveau kommen. Hat er mit dem Maul. Beeindruckend. Ich würde meine Meinung nur zu gern auf solch hohem Niveau argumentativ unterstützen können. Dich würde ich später zu gern mal in einer Politikdebatte im Fernsehen sehen. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Wie stehen Sie denn zu einer gerechten Verteilung von Flüchtlingen in Europa? Hat er Maul. Ja, das ist natürlich eine klare Sichtweise der Dinge. Jedoch hätte ich gerne gewusst, wie Sie… Halt einfach mal der Maul. Was ist denn mit den hohen Kosten der Kommunen? Halt einfach mal der Maul. Gut, und wie denken Sie dies zu bewerkstelligen? Halt einfach mal der Maul. Würde sich gut im RTL-Programm machen, um bei den Idioten die Illusionen von vermittelter Bildung zu erzeugen. Aber hey, du hast mich ja nach einiger Zeit trotzdem abonniert. Lohnt sich scheinbar, ohne eingeschaltetes Gehören gleich rumzuhaten, ohne sich zu fragen, ob das, was im Video behandelt wird, nicht vielleicht einige Fünktchen Wahrheit enthält. Verpiss dich von YouTube. Du bist kein Tanzverbot. Danke fürs Kompliment, aber mal schauen, ob du dir es mit deinem Inhalt rausnehmen kannst, mir zu sagen, dass ich mich von YouTube verpissen soll. Wow. Also mit deiner krassen Bearbeitung kannst du es dir leisten, sowas rauszuhauen. Also wenn du mal ein Video in meinem Style raushauen würdest, das würde wirklich alles auseinander nehmen. Also da hätte ich keine Chance gegen. Also mit solch krassen Leuten wie dir will ich mich wirklich nicht anlegen. Du Hurensohn. Also was soll man dazu noch sagen, abgesehen davon natürlich, dass man Hurensohn groß und mit nur einem R schreibt. Wenn ihr schon bei dem Anblick dachtet, dass er ein richtiger Lauch sei, dann gebt euch mal seine Stimme. Also was geht? Willkommen auf meinem Kanal Starkey1. Genauso stelle ich mir die Leute vor, die solch Kommentare schreiben. Gerade den Grundschulabschluss erreicht und schon auf dicke Hose im Internet machen. Vielleicht kann man ein Problem mit der Rechtschreibung mit der Dudenbehandlung lösen. Wenn man nur oft genug nachschlägt, wird das schon. Nur nicht aufgeben. Ey du Wichser, lass Sigros in Ruhe, dann bekommst du eine auf deine Fresse. Nuttensohn, fick dich! Du kleines Minecraft-Kiddy, willst mir aufs Maul geben, wenn ich ihn nicht in Ruhe lasse? Allein bei deiner Aids-Rechtsschreibung wäre ich vorsichtig, so das Maul aufzureißen. Seht euch einfach mal die Uploads an. Was mir spontan aufgefallen ist, danke an 31 Abos. Tja, das war wohl nichts. Ist euch btw mal aufgefallen, dass diese kleinen Spacken voll auf diese Dubstep-Internationen Intros mit bewegter 3D-Schrift stehen? Allein dieser möchte gerne 7 Stück von diesen Videos auf seinen Kanal. 7 von 25. Dazu kommt, dass 11 seiner Videos nicht mal länger als 30 Sekunden sind. Generell weiß ich nicht, ob er in einem bestimmten Akzent spricht oder einfach nur den übelsten Schaden hat. Aber egal was es ist, der Bengel spricht einfach mega behindert. Ich warte schon mal vorab, es besteht akute Ohrenkrebsgefahr. Ich geh heute in den Urlaub. Ich seh das Video auch heute. Eine Umfrage. Soll ich Vlogs machen oder nicht? Junge ey, du nimmst dir echt raus, so eine Scheiße unter meinen Videos zu schreiben? Ich seh das Video auch heute. Ach, ich seh das Video heute? No shit, Sherlock. Gönn dir erstmal ne vernünftige Schulbildung, da darfst du auch mal in den Genuss kommen, halbwegs durchdachte Kommentare abzusondern. Aber nicht unter meinen Videos. Solch Gesindel wie du gehört da nicht hin. Halt doch den Maul! Guck mal wie viele Abos er hat und du, also hältst du mal dein Maul! Erik Streich 2016. Hat selber keinen einzigen Abonnent. Ey du Hurensohn, lass ihn in Ruhe. Nur weil du 11 Abonnentenlappen nicht mehr annähernd 300 Abos hast, musst du dich nicht beschweren. Und wenn du ein Video über mich machst, mir egal. Ich hab meinen Kanal seit 2 Wochen und ich habe mehr als doppelt so viele Abos wie du, du Hundesohn. Oh, da hast du es mir aber richtig gegeben, weil du ja alle deine Abonnenten nur wegen deiner hochwertigen Videos bekommen hast. Und bestimmt nicht wegen irgend so ner Abo gegen Abo oder Push Scheiße. Gegen solch hochwertigen Inhalt hab ich natürlich gar keine Chance. Solch höchst qualitative Aufnahmetechniken sind mir einfach zu hoch. Gegen 20 Videos, von denen 16 nicht mal ein abgefucktes Gameplay beinhalten und mehr als die Hälfte der Videos zu mehr als die Hälfte aus Schwarzbild bestehen, kann ich mit meinen Videos natürlich überhaupt nicht mithalten. Also, da steckt einfach viel mehr Arbeit hinter als bei mir. Ach, schau mal wie es nach 2 weiteren Wochen aussieht. Da hab ich dich doch tatsächlich überholt. Tja, dann musst du mal wieder unter ein paar Videos ner Abos betteln. Da kannst du wirklich stolz auf dich sein. Willst du zum Abschluss auch nochmal was sagen? Ja, dann würde ich sagen, lass doch ein Like und ein Abo da. Na, ich glaube eher nicht. Was haben wir heute also Neues gelernt? Wenn ihr kleinen Pisswichser denkt, dass ihr damit einfach so davon kommt, habt ihr euch geschnitten. In diesem Sinne macht's besser, haut rein!